Das Zentrum von Neufeld hat einen neuen Supermarkt bekommen. Mit einer neuen großen Sparfiliale wird den Bewohnern nun wieder mehr Komfort beim Einkauf geboten. Heute nach nur drei Monaten Bauzeit eröffnet und schon von Kunden gestürmt. Im Zentrum von Neufeld hat ein neuer Sparmarkt eröffnet. Auf dem Grundstück des ehemaligen Landmarkts in der Eisenstädter Straße 18 entstand ein modernes Lebensmittelgeschäft mit einem umfangreichen Angebot. Super, perfekt. Ein bisschen kalt ist er noch, aber das kriegen Sie noch hin. Da haben Sie noch kleine Probleme. Neufeld hat ja vorher keinen Markt im Zentrum gehabt, oder? Genau. Wie gefällt Ihnen der neue Markt? Ja, sehr. Freundliches Personal und es ist schön. Auf 750 Quadratmetern wurde das neueste Sparkonzept verwirklicht, mit dem Schwerpunkt Frische. So gibt es etwa eine eigene Abteilung für frischen Fisch, regionale Produkte in der Gemüseabteilung, eine Backstation und sogar einen eigenen gekühlten Getränkeraum. Auf die Kunden warten rund 10.000 Artikel, viele regionale Produkte, 59 Komfortparkplätze sowie eine Snack- und Kaffeebar mit Sitzplätzen. Wie gefällt Ihnen der neue Sparmarkt? Wunderbar, sehr gut. Wir haben schon lange darauf gewartet. Alles da, was man kaufen will? Ja, bis jetzt, ja. Hat es gefehlt im Zentrum? Freilich. Freilich. Es war immer hier ein Markt und jetzt ist er endlich wieder da. Geführt wird der neue Spar vom selbstständigen Sparkaufmann Rudolf Karner, der auch in Ebenfurt und Kirchschlag in der buckligen Welt Sparmärkte betreibt. Musik